Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Info-Video. Diesmal gibt es zwei Themen, zwei ganz kurze Sachen. Und zwar, als allererstes Thema Gamescom. Wir werden immer mal wieder gefragt, ob und wann wir auf der Gamescom sind. Zum Ob, ja. Zum Wann eigentlich jeden Tag. Allerdings größte Zeit relativ planlos. Also wir haben jetzt keine bestimmten Ziele oder Uhrzeiten, wann wir wo auf der Gamescom umrennen. Außer am Samstag, das ist der 16. August. Da sind wir um 12 Uhr im Innenbereich vor Halle 8 gegenüber dem Pressebereich. Und zwar ist da das Adrondal Community-Treffen. Dort sind wir dann halt speziell um 12 Uhr halt auch anzutreffen. Ähm, jawohl, soviel zu dieser Frage. Das zweite Thema ist so ein bisschen damit verknüpft. Äh, und zwar, nach zwei Jahren ist es uns endlich gelungen, einen T-Shirt-Shop einzurichten. Hurra! Ähm, ja, das wurde ja schon ewig mal angefragt und wir hatten das auch ewig vor. Aber ewig und immer ist etwas dazwischen gekommen. Jetzt haben wir es endlich mal, äh, geschafft, einen Shop einzurichten, wo man T-Shirts größtenteils, äh, mit verschiedenen Motiven bestellen kann. Und das ist in dem Sinne auch damit verbunden mit der Gamescom, äh, dass wir da auch viel nachgefragte, äh, T-Shirts mit Motiven von den Stadtwappen anbieten. Ja, äh, soviel zu diesen zwei Themen. Das war's auch schon. Relativ kurz, wie gesagt. Äh, viel Spaß mit den weiteren Videos und, äh, vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom. Tschüss! Musik